Musik Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans! Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge von Good Game Empire. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich daraus jetzt eine Sonderfolge mache oder ob ich die einfach so raushaue. Ich bin mir noch nicht sicher, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es eine Schnelldurchlauffolge sein, weil ich werde hier heute einiges unternehmen. Wie ihr seht, ich bin nicht auf der Leilani-Burg. Ich bin bei Tor 09. Einige von euch müssten den kennen. Der war früher in der Tafelrunde 9. Ja, war ein super Spieler. Der hat mir einiges, also einige Stunden versüßt dort. Ist dann aber leider gegangen, weil er in eine größere, stärkere Allianz gegangen ist. Ja, und heute haben wir hier die Möglichkeit, bei Tor mal zu filmen. Ich habe den Auftrag, auf jeden Fall hier die Steuern regelmäßig zu machen. Das werde ich tun. Bei Tor sind momentan 660.000 Münzen und ja, ein paar Rubinchen sind hier auch. Der Tor hat also einiges an Rubin-Sachen hier stehen. Zum Beispiel den Festplatz und hier steht der Theosplatz. Hier steht der Taubenschlag und die Bäckerei natürlich auch vier. Ja, und wie ihr seht, schaut euch das mal an. Im Moment ist ja das Lager des Alchemisten da und das hat der Tor ausgenutzt. Hier, diese ganzen schimmernden, schönen Gebäude, die produzieren jetzt mehr. Oh, der Tor, der hat auch die Aufseher, sehe ich gerade. Hier sogar den Veteranenaufseher, nicht schlecht. Also, wenn hier oben über den Häuschen, über den Produktionsstätten, wenn hier diese Peitschen sind, dann bedeutet das, dass das die Aufseher hier sind. So, wow, in der Hauptburg sind gar nicht mal so wenig. Da hat der Tor im Moment 1331 Mennekes und ja, macht 2009 pro Stunde. So ist das richtig, Leute. Also, ein Tag geht immer. Ihr seht ja, der Tor, der hat hier alles ausgereizt. Der hat hier die Veteranenaufseher und der hat trotzdem minus 2009 pro Stunde. Es ist auch nicht schlimm, weil wenn ihr jeden Tag wirklich angreift und versucht euch überall die Rohstoffe zu stehlen, zu erräubern, zu erbeuten, dann ist das völlig in Ordnung hier, wenn ihr wirklich nur einen Tag für einen Tag Nahrung habt. Wer aktiv spielt, der kann es schaffen, wenn er jeden Tag seine Truppen losschickt, kann er es auf jeden Fall schaffen, hier diesen Tag immer zu halten. So, wir haben hier... Ah, ich würde jetzt so gerne mal in den Allianz-Chat gucken. Wie ihr seht, auch auf dem deutschen Server läuft im Moment die Klingenküste. Ich weiß nur vom Tor, dass er das abgebrochen hat, weil der zu wenig Rohstoffe hatte. Bei Amazing Scorpion ist natürlich der Vorteil, der ist schon komplett ausgebaut. Der braucht seine Rohstoffe nicht mehr für die Bauten der Burg oder fürs Forschen. Aber der Tor, der muss das machen und das ist nun mal ein hochleveriges Event. Und ja, gut, der Tor, der hat hier schon die Schlossparks ausgetauscht. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier in der Burg werde ich nicht viel machen können. Aber ich darf das Versteck abreißen und das wird jetzt das Erste sein, was ich mache. Yep, abgerissen werden soll es. Juhu, das freut mich. So, Burgtor. Ja, jetzt wo wir mal die Möglichkeit haben, könnten wir eigentlich mal in die Sandwelt oder, oh, Tor's Brain, in die Eiswelt gehen. Aber ich möchte erstmal die ganzen Außenposten und alles mir angucken, was man da noch so machen könnte. Hier geht auf jeden Fall einiges, sehe ich gerade. Hier baut der Tor ja auch noch die Schlossparks. Aber auch hier, oh, geht gar nicht gerade. Hier kann ich leider kein Versteck abreißen, aber ist halb so wild. Ich versuche mir jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen und wenn ich damit durch bin, dann wird es hier den Schnelldurchlauf geben. Dann werde ich nämlich hier ein bisschen umräumen und versuchen, dem Tor auf jeden Fall so ein bisschen mehr Platz zu schaffen. So, hier können wir das Versteck abreißen. Zack, braucht kein Mensch, das Ding. So, Burgtor Warnwa. Kassel Horror. Wow, sieht super aus. Ah, der Tor, der baut hier gerade aber den Turm hoch. So, passt auf, dann fangen wir hier an. Dann beginnt ab jetzt der Schnelldurchlauf. Ich werde mal versuchen, weil ich hier noch so umstellen kann das ein oder andere. Und wir sehen uns dann gleich, weil während dem Schnelldurchlauf darf ich natürlich nichts erzählen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020